ja und damit hallo und herzlich willkommen zu christney und dem weihnachtsspecial bei uns das auch die erste folge die wir jetzt machen im hintergrund sieht der gameplay von counter strike global offensive die highlights aus zwei drei runden die wir einfach mal so gezockt haben aus spaß und wie ihr schon an dem schnee sehen könnt ist es das weihnachtsspecial und wir haben uns heute für das commentary ein thema ausgedacht und das lautet kinder serien und zwar jeder von euch wünscht sich auch zur weihnachtszeit noch mal klein zu sein noch mal sich so richtig zu freuen auf geschenke das geht ja so im alter so ein bisschen verloren und da habe ich mir gedacht guck ich mal in die vergangenheit was ich mir damals für sendungen angeschaut habe und da fällt mir als allererstes die sendung schluss einstein ein und zwar immer nach der schule bin ich nach hause gekommen und direkt bekam dann die schloss einstein und es gab gefehlt millionen folgen von der serie das ging einfach nur um um schüler die in einem internat wohnen und irgendwie verrückte sachen machen so mega viele strebe dabei die irgendwelche projekte mit den lehrern machen aber irgendwie was trotzdem ganz cool ging halt um jugendliche im internat dann meine nächste serie die auf jeden fall richtig geil davon war von disney die gummibären wandel die habe ich immer geguckt hat ein richtig eingängliches lied am anfang was man immer mitsingen konnte und das ging es eigentlich nur um menschen und um so kleine gummibären die irgendwie sich baumhäuser gebaut haben und auch so gegenseitig so fallen gestellt haben auf jeden fall sehr witzige witzige sendung und auf jeden fall auch meister eda und sein pumuckel das war eine sendung die fand ich damals richtig geil weil es einfach so eine kleine zeichentrickfigur pumuckel kennt man bestimmt rote haare gelbes shirt und grüne hose und der war dann bei seinem meister quasi also der meister eda in der schreinerei und er hat immer so uhren gebaut tische repariert immer für so alte frauen die immer vorbeikamen und der kleine pumuckel hat immer blödsinn angestellt immer werkzeuge versteckt und hatte so eine ganz queetige stimme so ganz hoch und auf jeden fall sehr witzig nicht das macht nichts die hauptsache ich bin ich weg dann auch noch eine der v ritten sendung die ich sehr oft geguckt habe war die kinder von alzertal ich weiß nicht ob ihr das kennt kam glaube ich in der ade früher und das war ein bauernhof und da haben wir einfach das leben gezeigt von so jüngeren kindern so zehn jahre alt aber auch von so jugendlichen so wie ich damals war so 13 14 wo ich das geguckt habe und da gab es dann so so jugendliche die hatten eine band die hatten durften traktor fahren das war richtig abgefahren das war irgendwo im norden oben bei hamburg hat das gespielt und da haben die auch manchmal richtig verrückte sachen gemacht irgendwas abgefackelt irgendwas angestellt auf jeden fall eine ganz lustige sendung dann natürlich die kickers die gibt es glaube ich heute sogar noch die kickers asiatische anime serie die einfach so übertrieben fußball darstellt kleine kinder die in einem fußballverein spielen die elf meter schießen wie messi sie euch mal hinbekommt in einem ganz normalen kinderspiel mannschaft gegen mannschaft machen sind fallrückzieher seitfallzieher krätschen kilometer weit in andere rein und das hat halt gezeigt sie auf wie verschiedene charaktere es da gibt es gab so einen dickeren der immer im tor stand dann gab es ein stürmer typ diesen klassischen kapitän aber auch so verteidiger und hat hat halt gezeigt dass alle ein team sind ja das war jetzt nur ein bruchteil von denen die mir jetzt auf die schnelle eingefallen sind da gibt es natürlich noch noch viele mehr viele andere ich meine ja bestimmt auch sendungen guckt die detektiv conan spongebob oder hey arnold oder was auch immer schreibt es mir einfach in die kommentare ich will wissen was ihr früher geguckt habt ich habe gemerkt dass ich früher ein ziemlicher fernseh junkie bin und mittlerweile eigentlich sich nichts verändert hat ich gucke immer noch relativ viele serien und und filme weil es mir einfach spaß macht ja ich hoffe euch hat das video gefallen schaut auch beim nächsten mal wieder rein tschau Bis zum nächsten Mal.